Ich bin Oliver Erini, medialer Energetiker. Herzlich willkommen zum mediale Energetik Podcast. Heute geht es um Weihnachten. Ho, ho, ho. Die Weihnachtszeit, eine sehr emotionale Zeit, eine sehr stressige Zeit. Die dunkle Jahreszeit hört auf mit dem 21. Dezember und es beginnt offiziell der Winter, aber es beginnt auch wieder heller zu werden. Das ist ja mal die gute Nachricht. Und wir feiern im Prinzip ein Lichtfest. Aber warum ist Weihnachten so geladen? Warum ist Weihnachten so gestresst? Warum ist das alles, warum ist da immer so ein Druck? Und ich versuche heute mal ein paar energetische Tipps dir zu geben. Wie du Weihnachten besser verbringen kannst. Entspannter verbringen kannst. Freudvoller verbringen kannst. Und wie du es auch vielleicht genießen kannst, wenn du ein Weihnachtsmuffel bist. Also legen wir gleich mal los. Tipp Nummer 1. Energetisch gesehen ist Weihnachten deshalb so eine emotionale Zeit, weil wir sehr viele Anker gesetzt bekommen. Das heißt, wir bekommen in der Kindheit schon immer dieses eine Datum mit, mit besonderen Erinnerungen. Und das ist oft viel geprägter noch als unsere Geburtstage oder andere Feiertage. Dieses Weihnachtsfest ist ein sehr prägnantes Fest mit diesem ganzen Zauber, das es umgibt. Das ist ja noch viel ein mächtigerer Zauber als Kind, als zum Beispiel Ostern. Weil der Osterhase ist ja noch greifbar, aber wenn das Christkind auf einmal kommt, der Erlöser geboren wird, wenn wir uns das einmal alles vorstellen, ist das für das Kind von der magischen Wirkung schon sehr beeindruckend. Und deshalb sind wir, denke ich, auch in dieser Zauberblase drinnen und werden beeindruckt. Das heißt, wenn wir jetzt die ganzen Enttäuschungen unter dem Baum erleben, Streit womöglich erleben am Weihnachtsabend, weil die Eltern gestresst sind, weil etwas nicht klappt, weil der Weihnachtsbraten anbrennt. Wenn wir so etwas erleben, das prägt sich und wird natürlich auch wieder getriggert, immer wieder getriggert. Das heißt, mach dir bewusst, welche Emotionen du mit dem Weihnachtsfest persönlich einmal in Verbindung bringst. Und wenn du das mal so aufgearbeitet hast und dir mal bewusst gemacht hast, dann schau, dass du bewusst aus dem aussteigst. Und nachdem es weihnachtlich ist, kleiner energetischer Tipp, stell dir vor, du machst ein Weihnachtspaket, gibst da einfach deine ganzen negativen Erfahrungen rein, den ganzen Stress, den du mit Eltern, Großeltern, Urgroßeltern gehabt hast und gibst den einfach nach oben ab. Bei mir zu Hause war Weihnachten eigentlich immer so, ich nenne es immer das Zehn-Kleine-Negerlein-Prinzip, weil immer wieder Leute gestorben sind. Natürlich irgendwann sind die Großeltern, also Urgroßeltern, Großeltern, die sind halt immer weniger geworden. Und eigentlich ist dann immer mehr diese Trauerlast von den Eltern spürbar gewesen. Das heißt, es war gar kein Fest mehr des Lichts und der Geburt, der Neugeburt des Lichts, was es ja eigentlich im Ursprünglichen war, dieses Lichterfest. Die Tage werden wieder langsam, länger, die Nacht wird wieder kürzer. Es ist das Sieg des Lichts über die Dunkelheit. Und eigentlich war das dann immer so, eigentlich das Fest des Verlustes, dass sich erinnern an die, die nicht mehr mit uns unter dem Baum stehen. Und deshalb war für mich Weihnachten ganz schwer, immer und sehr depressiv und sehr mühsam eigentlich belegt. Und so habe ich also dann angefangen zu sagen, ich will diese Emotionen nicht mehr. Ich will diesen Leidensdruck, den ich von den Eltern mitbekommen habe, nicht mehr tragen. Und dann stelle ich mir auch vor, gebe ich den in einen Weihnachtspackerl und schicke das weg. Stell mir vor, kannst du dir einen Lichtkanal vorstellen oder einfach ein goldenes Licht, wo du sagst, dieses Packerl kommt jetzt weg. Oder du verbrennst es einfach in einem Kamin und dann atmet man so tief ein und aus. Und so würde man schon in einer Bilderwelt so Gefühle bearbeiten. Und seitdem ist es einfach leichter. Also das ist einmal das eine, mach dir bewusst, dass das ein sehr emotional aufgeladenes Ding ist. Und wenn du erforscht die Gefühle, löst die, neutralisier die. Das zweite ist, mach dir bewusst, ob du überhaupt feiern möchtest. Und ich weiß, es ist eine Tradition, aber der Punkt ist folgender, wir müssen ja nicht alles feiern. Wir müssen ja nicht, nur weil es heißt, dieser Tag ist jetzt dieser besondere Tag, das muss jetzt da gefeiert werden. Wir können ja auch andere Konzepte erlangen. Das ist schon klar, wenn du Kinder hast und sagst, okay, du möchtest, dass jetzt für die Kinder eine gewisse Erinnerung, dass das weitergeht, dann bist du eh gebunden. Aber wenn du jetzt das nicht für jemanden machst, sondern selber entscheidest, möchtest du feiern und wie möchtest du feiern, dann richte dir diesen Feiertag, diese freien Tage so ein, wie du möchtest. Wenn es dir wichtig ist, da jemanden zu treffen aus deiner Verwandtschaft, dann mach das. Aber fühl dich nicht verpflichtet, nur weil es jemand erwartet. Das sind zwar immer wieder harte Gespräche und viele Diskussionen gewesen bei mir im Familienfest, aber im Familiensystem auch, aber irgendwann ist es ausgesprochen und dann passt das auch. Denn letzten Endes, und das muss man jetzt einmal nüchtern betrachten, es geht um einen Abend im Jahr und dann diese zwei Feiertage und meines Erachtens nach, oder ich bin zumindest der Typ, wenn ich etwas zu schenken habe, schenke ich das sowieso her, weil ich weiß, das macht einem eine Freude. Das heißt, ich muss nicht unbedingt kampfhaft zu Weihnachten ein Geschenk geben. Das Zweite ist dann einfach, wenn ich keine Lust habe, jemanden zu treffen, egal wer das ist, dann mache ich das nicht, sondern ich treffe die Leute dann, wenn ich Lust habe und dann habe ich nicht nur eine qualitativ gute Zeit, sondern dann ist auch meistens die Quantität öfter und es ist etwas Besonderes. Aber das macht dir einfach mal bewusst. Du musst jetzt nicht auf Druck unbedingt dorthin, nur weil es dir das diktiert. Der nächste Punkt ist, drittens, ist dieser Weihnachtsstress. Und der Stress wird ja eigentlich durch das Kollektiv gepusht. Du wirst berieselt mit, du sollst Geschenke kaufen, du musst diese Sachen erledigen, du musst womöglich mehr Essen daheim haben, weil wenn jetzt jemand kommt und der möchte diesen besonderen Wein haben oder da ist dann wer, keine Ahnung, Laktoseintolerant, da muss eine gewisse Milch da sein. Das heißt, der Stress wird schon sehr aufgepusht auch und da hilft es eigentlich nur ein gewisses System haben und sagen, was, wo steige ich ein und wo nicht. Und ich habe es eigentlich immer so gemacht, wenn es wirklich Weihnachtsgeschenke, wenn wir das gesammelt haben, auch für die Kinder und so, habe ich eigentlich das über das Jahr schon zusammengekauft. Und da habe ich das irgendwie schon verpackt gehabt und hatte dann an Weihnachten eigentlich überhaupt keinen Stress mehr. Und auch dieses Einkaufen zur Weihnachtszeit, ich habe das immer so genossen. Ich würde ja heuer nicht gehen mit diesen ganzen Einschränkungen, die wir haben, aber ich habe das wahnsinnig genossen, eigentlich auf einen Kaffee zu gehen oder einen guten Wein, am 23., 24. mich in so eine Shopping Mall zu setzen und einfach da Wein zu trinken und die Leute beobachten, weil du siehst, ich habe da schon mal ein Video drüber gemacht, ich verlinke das dann unten, du siehst ja richtig, wie die außerhalb von sich stehen, vom Energiefeld, weil die immer etwas nachrennen. Das heißt, wenn du einkaufen gehst und denkst, okay, du stehst jetzt, keine Ahnung, beim Biller und denkst schon daran, dass du eigentlich nur woanders hin möchtest, bist du ja schon wieder total aufgespreizt und total verwirrt und dann bist du ja überhaupt nicht bei dir. Und das ist dann schon eine ganz spannende Energie und so entsteht natürlich dann auch dieser Stress. Also der wird ja kollektiv auch hoch gepusht. Das heißt, steig aus aus diesem kollektiven Stress. Und das wären so meine drei Tipps, wo ich wirklich sage, okay, mach dir deine Emotionen bezüglich des Weihnachtsfests klar und löse sie, bearbeite sie. Der zweite Tipp ist einfach der, dass ich sage, mach dir bewusst, was du möchtest, wie du feiern möchtest, wie das für dich hinhaut. Und das dritte, mach dir auch die kollektive Suppe bewusst, energetische Suppe bewusst, die da rundum ist, und löse sie. Ein vierter Zusatztipp ist dann noch Familien feiern. Und ich werde immer wieder gefragt, warum werde ich so müde, wenn ich mit meiner Family zusammenkomme, warum streiten wir immer, wenn wir zusammenkommen. Und der vierte Bonus-Tipp ist einfach, mach dir bewusst, ein jedes System besteht eigentlich nur, weil es ganz viele Mitspieler gibt und ganz viele Rollen in diesem System gibt. Und jeder nimmt da seinen Platz wieder ein. Das heißt, gegenüber deinen Eltern wirst du nie die Erwachsene oder der Erwachsene sein, sondern du wirst immer das Kind bleiben. Und auch deine Eltern, den Großeltern gegenüber, bleiben immer Kind. Das heißt, das ist schon eine ziemlich spannende Konstellation, die sich da ergibt. Und deshalb ist das auch immer so oft mühsam, diese ganze Kombination. Und ist es auch ganz schwierig. Darum ist es auch, wenn du als Außenstehender oder Außenstehende in so ein bestehendes System reinkommst, wo du dir denkst, was läuft denn da überhaupt? Und man kommt dann überhaupt nicht mit, was da von der Energie eigentlich abgeht bei so Familienfeiern. Also mach dir auch bewusst, das ist halt einfach so ein gewisser, das ist so ein gewisser Sumpf, so ein Familiensystem. Und da solltest du auch aussteigen können und immer wieder ein bisschen bewusster einfach die Stopptaste drücken und sagen so aus, ich steige da jetzt bewusst raus aus diesem Familiensystem und ich reinige mich auch immer gut aus danach. Also mach dir diesen energetischen Topfer mal bewusst. Das heißt nicht, dass das schlecht ist, das ist nur einfach eine aufgestaute Energie. Gut, das wäre es also jetzt. Ich wünsche dir, wie auch immer du feierst, ob du alleine bist, ob du im Familienverband bist, ob du zu viel ist, zu wenig ist. Ich wünsche dir ein herrliches Weihnachtsfest. Ich wünsche dir eine schöne, schöne Feierzeit und Feiertage. Und wir hören uns natürlich ohne Pause jede Woche aufs Neue. Wenn dir dieses Video gefallen hat, ich freue mich über einen Daumen hoch. Ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns live wieder bei einem Workshop oder bei einer Sitzung wiedersehen. Dein Oliver Erini, mediale Energetiker mit Energetik, die wirkt. Tschüss und frohe Feiertage.